Es gibt ein Gegenmittel, man nennt es Alphalas-Trank. Alphalas ist ein seltenes Kraut, das hier im Norden von Lianon wächst. Wenn ihr mir etwas davon bringt, kann ich den Trank zubereiten. Ich fürchte allerdings, eine Horde Goblins hat sich genau dort breit gemacht, wo das Kraut wächst. Sie werden von einem gewissen Börgel angeführt. Vernichtet Börgel und seine Bande und bringt mir das Alphalas-Kraut. Nur dann kann ich euren Lord Tinar retten. Die Wachen an der Nordbrücke werden euch den Schlüssel zum Nordtur geben. Gut, Dankeschön. Zu Befehl. Verstanden. Auf mein Zeichen. Dann gewährst mein Geist. Mir nach. Der uns vielleicht sogar noch ein Level ab einbringt. Ja. Krankheit heilen und Heilung kann sie und sie kann Aura der Streiter. Oh, das ist praktisch. Auf mein Kommando. Schließ die Reihen. Zu Befehl. Schlagt sie zurück. Die Rune befiehlt. Leuchtender Federkiel. Oh. Der Ring des Schreibers. Leuchtender Federkiel. Und Ludwids Ruhnenbuch. Hier. Mir nach. Und los. Ja, aus der Tiefe. Bringt den Ring des Geistes zu Orta. Ja, bringt den Leuchtenden Federkiel zu Garba. Als der Geist des Schreibers verging, lebt ein Leuchtender Federkiel zurück. Dies scheint ein magisches Schreibwerkzeug zu sein und sollte Garba aus seiner Misere helfen. Ja. Ja, sofort. Folgt mir. Sofort. Ja, der nächste Geist wird dann halt wahrscheinlich Level 15 sein. Also den können wir dann noch eine ganze Weile vergessen. Also in der Hoffnung, dass wir noch ein Level abkriegen, dadurch, dass wir ihm den Ring geben. Ah, ihr seid es. Berichtet mir von eurem Neuen. Ja, ich habe einen weiteren Ring. Ich habe hier einen weiteren Ring. Alle Wetter. Tatsächlich. Dann ist es also wahr. Ein weiterer Geist ist erschienen. Ein Magier. Das muss einer von Ludwids Schreibern oder Kartografen gewesen sein. Man berichtet, dass sich unter ihnen einige befanden, die der Zauberkunst mächtig waren. Hier, nehmt dies als Entlohnung. Meint ihr, es tauchen noch weitere dieser Geister auf? Es würde mich nicht wundern. Udwins Gefolge war groß. Krieger in prächtigen Panzern, Schreiber und Forscher, aber auch Speer aus den Dunhahnwäldern. Nicht nur altes Wissen, auch Gegenstände und Waffen von unschätzbarem Wert verschwanden damals für immer mit ihnen in der Tiefe. Ja, und das Buch? Einer der Geister trug dieses Buch bei sich. Ein Buch aus Udwins Zeit? Lasst mich sehen. Zum Seelenfluss damit. Ich hätte mir denken können, dass es eine alte Runenschrift ist. Ihr solltet dieses Buch Darius zeigen. Er studiert die alten Schriften und kennt vielleicht die Sprache, in der es verfasst wurde. Okay. Aus der Tiefe. Zeigt Darius das Runenbuch? Wir haben eine Rabenkappe gekriegt. Wir sind auf der Stufe aufgestiegen. Haben wir noch was gekriegt aus einer Rabenkappe? Äh, nicht wirklich. Das heißt... Ich würde gern weiße Magie erstmal steigern. Aber nee, erst das hier. Dadurch können wir selber nämlich eine Feuerstahlklinge verwenden, was uns einen kleinen, einen etwas größeren Boost gibt. So, dann wieder... Stärke... Stärke... Geschicklichkeit... Wendigkeit... Beisheit und Charisma... Das heißt, wir packen uns noch neben Darius, speichern und machen einen Cut. Ich überziehe ja schon wieder genug. Aber wisst ihr was, überziehe ich etwas länger. Und wir packen halt die Aufnahme, es ist schon noch eine Folge dran. Ja, vorwärts! Folgt mir! Bereit! Und los! Wohin des Wegs, Bürger? Ja, schrei doch lauter. Ich benötige den Schlüssel zum Felstor. Mit wessen Erlaubnis? Shan Muir, die Heilerin schickt mich. Es ist wichtig. Nun gut, wie ihr wollt. Seid vorsichtig. Ich habe euch gewarnt. Mhm. Ja. Vorwärts! Roter Steinschlüssel. Ja, holt den Schlüssel zum Felstor von der Wache an der Nordbrücke. Das Erfallscout wächst im Nordenverlieren. Und die Wachen an der Nordbrücke haben den Schlüssel für das große Felstor, das den Weg nach Norden versperrt. Shan vermutet, dass Burghls Goblins die Lage an der Stelle haben, an der das Erfallscout wächst. Vielleicht haben die Goblins doch etwas für den eigenen Bedarf gesammelt. Jo. Ja, das Tor ist verschlossen. Ein roter Steinschlüssel könnte es öffnen. Den Schlüssel verwenden. Der Schlüssel passt, das Tor öffnet sich. Hier. Sofort. Für die Freiheit. Auf mein Kommando. Vorwärts. Ja. Sofort. Schnell. Gott, jede Menge Wölfe und Bären. Mir nach. Und ein Goblinlager. Mir nach. Halte durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Ja, Börgelt der Schnitter. Sie sind überall. Warte, wer ist das dann hier drüben? Klingzock. Ach, okay. Ja, Börgelt's Dolch. Hier, sofort. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Zauber-Eisschlag. Okay. Alphastraut. Gut. Zu Befehl. Schickt sie zum Seelenfluss. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonius. Okay, das ist schön. Zauberzone der Heilung. Dieser Zauber, den kann man nur hier unten anwenden. Zu euren Diensten. Er schafft im Gesamtgebiet eine hübsche Heilung. Auf meinen Kommando. Und los. Gibt's echt nix schöneres. Ja. Shan wartet in der Stadt auf das Kraut. Sie sollte alles schnellstens erhalten, damit der Trank gebraut werden kann. Auf meinen Befehl. Für den Orden. Feindlicher Angriff. Hier, sofort. So. Klingzocks Beinlinge. Der Stoff, aus dem die Beinlinge des Goblins klingzockt, gewirkt sind, scheint magisch zu sein. Vielleicht findet ihr Grauf, wo jemand mit dem etwas anfangen kann. Ja, da war so eine Näherin. Der Stoff, aus dem die Beinlinge des Goblins gefährdet, gewirkt sind, scheint magisch zu sein. Ja. Heilungsstufe 2. Das ist auch nicht schlecht. Nee. So. Mehr Mana kosten. Hier, mir nach. Aber auch ein etwas besserer Zauber. Und los. Dann bringen wir Shanmu ja das Gegenmittel, Darius die, das Bu und dann werden wir unseren Cut wahrscheinlich machen. Und ja, da ist der Geist des Speers, ist Stufe 15. Ja, mit dem brauchen wir uns noch nicht anlegen. Okay, erst mal Darius das Buch zeigen. Seid gegrüßt, junger Krieger. Ja, könnt ihr etwas mit dem Buch anfangen? Könnt ihr etwas mit diesem Buch hier anfangen? Von einem Schemen, der aus den Schächten der alten Ostmine aufgestiegen ist. Orta glaubt, es handele sich um die Geister von Utwins Expedition. So, glaubt ihr das? Für einen alten Soldaten ist Orta gut im Bilde. In der Tat, Utwins gehörte der Talindischen Gilde an. Könnt ihr etwas davon entziffern? Dazu brauche ich mehr Zeit. Aber es scheint sich um ein Tagebuch oder etwas Ähnliches zu handeln. Okay. Magier steht aus Lavagestein, haben wir dadurch erhalten. Ah, beliebige Magieart 8. Ah, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das benutzen können. So, und jetzt schon nur ihr. Ah, ihr seid zurück? Ja, hier ist das Alphalas. Hier, das Alphalas. Gute Arbeit, Krieger. Damit wird der Trank gelingen. Hier habt ihr den Alphalas-Trank. Bringt ihn, Lord Hina. Hoffentlich ist es nicht zu spät. So, Alphalas. Geht mit dem Gegengift so bei hier nach Schiel zurück. Das Gegengift ist fertig und muss schnell nach Schiel gebracht werden. Habt man bei hier, wird es dem Lord geben können. Auf mein Zeichen. Sofort. Okay, das heißt, wir gehen noch durch das Portal am besten. Also das lade ich hier. Dann geben wir die paar Meter bis zum Portal. Und erst dann durch das Portal. Mir nach. Nee. Also ja, ich muss sagen, langsam werden wir gerüstet. Das Ding hier würde ich dann gerne mal irgendwann anziehen. Wahrscheinlich. Ja, nächstes Level ab. Weiße Magie. Dann wäre ich wahrscheinlich einen Punkt in leichte Kriegskunst. Und einen Punkt in Rüstungen stecken. Dann kann ich nämlich auch den Panzer tragen. Auf mein Kommando. Und dann... ...wieder zwei Level in Bögen, damit wir den besseren Bogen verwenden können, den wir da haben. Weil Fernkampf war ja eigentlich unser Ziel. So, stellen wir uns mal hier oben hin. Da haben wir etwas Übersicht. Wenn wir dann langsam... Also ja, hier sind jede Menge Banditen, die eine Blockade halten. Gut. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt hier unser Let's Play. Ist immer ganz lustig, immer wieder. Das Autosave speichert automatisch, sobald ich das Spiel beende. Also müsste ich eigentlich gar nicht unser Let's Play speichern. Aber ich speichere zwischendurch ja immer zur Sicherheit. Gut. Let's Play speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.